Hey da, was geht ab Leute, ich habe Hunger. Auf dem Weg zu einem Nocturne Raid. Aber erstmal haben wir hier ein Ei. So. Und... Und... Also aus dem Fünfern will ich eh nur tocken. Und... Genau. Ah, richtig schlecht. Und vorne ist auch endlich mein erster Nocturne Raid. Das Event ist fast vorbei. Und das ist mein erster. Also echt traurig. Ich wollte eigentlich so viele machen wie möglich. Ups. Jetzt habe ich an meinem Ding gedreht. Jetzt habe ich an den Stop gedreht. Anstatt an der Arena. Für den Tagesbonus. Naja. Egal. Kein Shiny. Naja. Auf geht's. Hier drüben seid ihr. So. Hitmonchan. Der Tagespass abholen. Wie gesagt, ich hätte auch gerne mehr davon gemacht und meine normalen Raidpiste dafür eingesetzt. Muss nicht nur der Tagespass sein. So. Wen haben wir hier? Okay. Muss, glaube ich, erstmal ein paar Sachen beneben. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Ja, quasi habe ich immer noch nicht auf Wind umgestellt. Aber die zwei Gode Wars müssen, glaube ich, reichen. So. Also Team. Und die Zamyuto zum Schluss als Sicherheit, als Schutz. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Thunder Punch. Okay, interessant. Komm mal schlafen. Komm mal schlafen. Komm mal schlafen. Kann doch noch raus. Keine Lade. Eigentlich müsste Geister auch sehr effektiv sein gegen, also rein logisch gesehen, physische Attacken können Geister nichts anhaben. Wir sind fast bei der Hälfte und wir knacken die Hälfte bei über 100 Sekunden. Nicht ganz. Ah doch. Wieder zurück bekommen. Nicht ganz. Bis dahin hat er leider die eine Chargerverkehr nicht mehr rausgekommen. Da, weil er so schnell zusammenhängt er noch. Das war's. Jetzt kommt die Mewtwo. Ist doch knapp als erwartet. Vielleicht ist er sogar stärker als Kickly. Ich hatte bei Kickly glaube ich so 20 Sekunden Restzeit. 15 Sekunden, zwischen 15 und 20 Sekunden. Ok, der ist ungefähr Kickly Level. Bei Kickly hatte ich Ding eingesetzt. Das Mewtwo früher. Da hatte ich das 98er Code 1 nicht. Dafür hatte ich direkt umgeschaltet auf Mewtwo. Ok. Nicht schlecht die zwei. Echt nicht schlecht. So. Was sagen die WP? 11,76. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt wie viel Hunderter ist. Deswegen fange ich den jetzt einfach mal. Und dann hoffen wir mal. Weil so viele gibt es an denen nicht. Das heißt ich habe nicht so viele Chancen auf einen Hunderter. IV Check. KP. Schade. Das war's vom Nokcan. Stärker als erwartet. Ungefähr gleich wie Kickly. Ich dachte er wäre ein bisschen schwächer als Kickly. So. Kleiner Zeitsprung. Das Nokcan habe ich schon vor paar Tagen erledigt. Überraschend stark. Ich dachte echt Kickly bei weitem stark. Aber die sind beinahe auf dem selben Level. Nokcan vielleicht ein Ticken schwächer. Seitdem ein paar Nokcans gemacht. Aber bei weitem nicht genug. Nicht so viel wie ich wollte. Findet man. Also finde ich persönlich nicht so oft. Ok. Kurz vor Whatsapp aufschalten. Wie gesagt würde ich auf jeden Fall noch gerne ein paar mehr machen. Ich denke heute und morgen noch ein bisschen die Gelegenheit. Und dann irgendwann Montag Dienstag. Warte mal. 14. glaube ich. Montag ist er weg dann. Nach Montag glaube ich. Also schauen wir mal. Ob ich noch ein Hunderter bekomme. Die Chance ist gering. Aber. Immerhin ein erledigt. Für die Sammlung. Ich will ja jeden Dreier Solo machen. Deswegen blende ich hier auch noch Kapilz ein. Der war halt richtig schwach. Nicht erwähnenswert. Und. Wir haben hier immer. Noch eine Box. Von Kingsloot. Die sind bekannt für ihre guten Verpackungen. Link ist unten in der Beschreibung. Shoutout und danke an Kingsloot. Das ist übrigens die von Februar. Äh. Was laber ich? Die von April noch. Kam mit einer kleinen Verspätung in diesem Monat. Deswegen. Wundert euch nicht. Wenn demnächst dann noch eine von Kingsloot kommt. In den nächsten paar Tagen. So. Okay. Bisschen Papierklamm. Okay. Wir haben einen Pin. Der Pin ist ganz cool. Wie gesagt. Ich glaube ich starte echt eine Pinsammlung. Okay. Wir haben eine Figur. Diesmal. Rock Candy. Neue Marke. Ähm. Die eine von. Von dem einen Film. Ihr wisst schon. Äh. Guardians of the Galaxy. Genau. Die Figuren sind auf jeden Fall immer cool. Aber kommt halt drauf an. Was für ein Thema. Und. Was man. Für was man sich so interessiert. Nehmen wir auch. Ein T-Shirt am Start. So. Moment mal. So. Top Tüte. Kann man wieder verwenden. Also. Wie gesagt. Die haben echt gute Verpackung. Äh. Sagt mir nichts. Wie das meiste eigentlich. Irgendein Alien. Okay. Dann. Eine Tasse. Fallout Tasse. Fallout Tasse. Fallout nie gezockt. Deswegen kann ich nicht viel mit der Tasse anfangen. Wieder rein mit dir. Okay. Okay. Und als letztes. Eine kleine Sammelfigur. Schauen wir mal was drin ist. Mystery. Minis. Okay. Wie gesagt. Ich glaube ich. Ich habe hier. Das mit den Kapilzes eingeblendet. Müsste jetzt. Bereit zu Ende sein. Der Raid. Kapilz. Kein Problem. Ziemlich schwach. Ich habe. Gestern. Kampfvideo hochgeladen. Top 5. Kampfrotomon. Kapilz. Überraschend starke. Angeswerte. Hohe Angeswerte. Und. Es ist der Typ hier. Sagt mir nichts. Okay. 1 von 36. Okay. Wieder weg mit dir. So. Das war es glaube ich. Wir haben hier noch ein kleines Plakat. Aber das war es. Danke an Kingsclood nochmal. Wie gesagt. Link ist unten in der Beschreibung. Und. Ich habe unten in die Kommentare. Wie es bei euch so läuft mit dem Kampf Event. Habt ihr noch schon gemacht. Habt ihr Kickli gemacht. Habt ihr Kapilz gemacht. All das unten in die Kommentare. Wie gesagt. Wie gesagt. Hat jemand von euch. Ein hunderter Nockchan aus dem Raid bekommen. Das würde mich interessieren. Aber das war es von mir. Wie mal liken. Subscriben. Und kommentieren. Checkt die anderen mich so ab. Folgt mich auf Instagram. Facebook. Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht. Pokémon ist das Business. Los. Los.